Aber schau mal auf die Doppel-Achtes hier für Ben Untersteiner um hier 1-0 in Führung zu gehen. Das ist er! Mit dem zweiten Dart macht er die Doppel-Acht gesetzt. Das heißt die Möglichkeit hier für Kasper Litwin hier aufzugleichen zum 1-2-1 und das macht er! Oh, da wird sich der Ben ärgern. Das hat er vergeben, ist 200 Punkte fuhren und kann nicht ausmachen. Trotzdem gute Aufnahme, 98 Rest. 16 Darts braucht Ben Untersteiner um hier 2-0 in Führung zu gehen. Nur eine reine 19-Spielung gewesen. Die hat fast nie 20 gespielt, die wollte nur 19 spielen. Ja tatsächlich, gerade bei jugend Spielern kommt es 171. Na sensationell, Ben Untersteiner, der zeigt uns ja wie man Darts spielt. Gescheit ist es aber nicht. Von daher kann man sagen, Ben ist mit seinen 14 schon ziemlich abgebrüht. Der weiß schon, was man spült und was man nicht spült. Jetzt die Doppel-Acht zum Match. Ganz knapp. Und der ist drinnen. Jawohl, das war's. Und der ist drinnen. Da bist du gescheit, kurzer Prozess. 16 Darts, 21 Darts. Erster Leg weiß er nicht mehr knapp. 60 Average. Aber ein 37 Darts, 2 Legs machen, ist mal eine Anzeige an die Konkurrenz. contempl据 an die Gazze. dónde erlich war's und wird zuげ, der wird gescheit, knot...